Wer war einer? Ein durchgeknallter Typ eigentlich. Das war, sagen wir mal, ein Typ, der hat von dem hier und jetzt gelebt. War eigentlich im Grunde genommen, er war eigentlich nie glücklich. Er gehört zu mir, ganz einfach wie meine Finger, wie meine Augen, wie meine Stimme. Ohne Rainer keine Karo, ohne Karo keinen Rainer. Bis morgen früh dann einschlafen, schweben ins Land und dann aufwachen. Dann ist alles vorbei. Wachen. Ich hab's geschafft. Rückblickend gesagt, das ist natürlich eine ganz schöne Entwicklung, die Sie genommen haben. Krass, ja. Sodass das jetzt ja nur noch besser werden kann. Ja, bis auf das eine halt eben, was ich habe. Das ist was? Das sind die Erlebnisse aus meiner Kindheit. Das ist ja nicht so. Ja, bis auf das eine halt. Vielen Dank.